äh, ups äh, ja hallo Youtube und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Brows in Arms und äh okay okay, das war okay Moment Schnauze so, bevor es aber hier weitergeht eine kurze, Moment äh so bef leckt mich doch, so bevor es weitergeht eine kurze Anmerkung, wenn ihr Glück habt wird dieses Let's Play weitergehen hier, die zwei haben nämlich in den letzten zwei Aufnahmen richtig krass rumgepackt also aus unerklärlichen Gründen ging das Spiel einfach nicht mehr weiter es gab schon zwei Folgen und das hat einfach rumgepackt ich kam schon dieses Level weiter aber es ging trotzdem nicht weiter jedes Mal lag der Speicherpunkt genau hier also hier, wo wir jetzt sind ne, hier so und aus dem Grund rege ich mich aktuell übertrieben auf ich das ist jetzt der letzte Versuch falls das jetzt nicht klappt Pech gehabt drauf geschissen ist das Let's Play tot äh schmeiß ich die CD auf die Straße und lass sie einfach vom Auto überfahren also das regt mich richtig auf ich hoffe jetzt einfach, dass das funktioniert und äh ansonsten wie immer ich wünsche euch viel Spaß damit bis jetzt Mach hinne Ja Okay Hallo Ja Nett von euch eine Spur von toten Deutschen zu legen Nett von dir rumzulegen du Spasti Erledigt sie Du regst mich sowas von auf Hau bloß ab du Idiot Ja Leggett du bist auch so ein Dödel mit deinem Walkie Talkie da hinten drauf Hallo Okay ich kann rein Armies Ja hier Da Wow No Korean Komm her Okay Okay Oh mein Gott Was Ich bin schon fast tot Oh oh Okay Ich bin schon fast tot und ich sehe auch gerade nichts Also von daher Hallo Kann ich mir hier bitte rum Ihr seid solche Idioten Ihr seid so Sammeln Okay Los geht's Los geht's Ich hoffe Okay Los 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 Feier Okay Das war Glück Das war pures Glück Los Okay Bitte Lieber Gott Lass mich das überstehen Ohne zu sterben Ohne zu sterben Komm Guck raus Komm Guck raus Oh mein Gott Seid ihr dunkel Ups 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 Okay Das läuft Das läuft Das läuft Ich bin hier wie John Jay Rambo Hallo Dahin Oh shit Oh shit Alles klar What Okay Alles klar Hier ist gerade aktuell keiner Ähm No No Shit No Ihr bleibt Ihr Oh Gott Ich hab Bullshit gemacht Ich hab Bullshit gemacht Da So Ihr Granate Oh Gott Das MG ist hier immer noch da Hallo Können die mal drauf schießen Und warum wirft ihr denn jetzt keine Granate Oh Gott Das ist nicht normal Okay Okay Ich hoffe ich sterbe jetzt nicht Ich hoffe Das sieht gut aus Das sieht gut aus Shit Das MG ist immer noch an Feuer Ich hab einen erwischt Wir haben ihn getroffen Wir haben ihn getroffen Hehehe Hehehe Tschüss Ihr Volldödel Oh 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 Ich sehe nur die Hälfte Okay Meine Jungs Meine Jungs sind hart Hallo Alter 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 Okay Haben wir jetzt alle Ich bin sowas von tot Ich glaube ich Lebe nur im Geiste So Ich teile mit dir gar nichts Außer Hass Hier wird bald ein Kommandoposten errichtet Glaube kaum dass die in nächster Zeit einen Gegenangriff starten können Wir gehen zur Kirche im Stadtzentrum Okay Viel Spaß Mit dir hab ich keinen Bock mehr zu arbeiten Mann Bronze ist da Ja okay Ich schätze es geht voran Trauer überlagert das Gefühl des Triumphes Trauer über das was mit Musa Garnet Elm The Solar Reavers Und George geschah War das schon alles Haben wir Quarantan tatsächlich erobert Ein Teil von mir sehnt sich bereits nach dem nächsten Angriff der Deutschen Mein Vater erzählte mir immer dass es die gespenstische Stille nach einem Gefecht war Die ihm am meisten Angst eingejagt hat Jetzt weiß ich was er damit meinte Sehr weise Worte Von Matthew Baker Wir wissen nicht woher sie kommen Und ob sie überhaupt kommen werden Deshalb bin ich auch dafür Dass wir den Champagner aufmachen Und woher holen wir uns den Champagner Obie Legget hat eine Granate in den einzigen Schnapslagen geworfen Okay Wow Wo denn Hallo Was soll ich denn machen Ich hab nen Sniper Oh mein Gott Okay Sie nehmen die Hauptstraße Äh Hallo Wo sind die denn Oh da Die Deutschen Baker da drüben Im Westen Moment Westen ist da Oh da Huch Da Shit Shit Ich muss nachladen Hallo Kann er mal auch rausgucken Shit Wo kommen die denn jetzt her Hallo Oh da Fuck No Das kann's doch nicht gewesen sein Hallo Wo denn Muss ich mich denn Ne da Okay 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 Wo denn Verdammt nochmal Ach da No Jetzt muss ich nachladen Sanovic Du stirbst mir diesmal nicht Ich schwöre es dir Okay Da dachtest du du wärst fast durch Ne Kollege Äh Wo kommen die denn Da Shit Der hatte Glück Wo Wo Okay Ich bin Einfach Sniper Schütze Schlechthin Sanovic Nicht Noch einmal Wo 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 Shit Du hattest Glück Kollege Du hattest Oh no Hassai Mann Schießt Wo Wo sind die denn Hallo Okay Ist das die Ruhe Frau im Sturm Sechs Meldung Meldung machen Was die deutschen schicken Panzer What Wie viele Over Mist Es sind zwei Panzer in der Nähe Wir müssen los Okay Wir müssen zusammen Achso Ja ich bin unterwegs Also nervt mich nicht du Arschloch Ja Fick dich Okay Wo Wollang Muss ich Oh mein Gott Seid ihr jetzt ernsthaft alle am draufgehen oder wie Okay Wo Hallo Wo What Hallo Okay 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 Sanovic war ja klar dass du wieder stirbst du Vollidiot Okay Das war gut Das war gut Das war gut von mir Okay Okay Da sind wieder Gegner Korean Du stirbst nicht Du bist mein Liebling Ungelogen Ich mag dich Du bist zwar voll Oh Gott What Okay Ich muss nachladen Ich muss nachladen Schieß doch da Drop Guck jetzt Guck da hoch Boom Dort ist er Okay Die sind schon wieder da Das ist nicht normal Wie viele sind das denn Das sind vier Ameisen Hallo Okay No Korean Oh 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 Äh Okay 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 Kirtland Wie viel Blut hier rumfließt Äh rumliegt Was soll ich mal Huch Shit Warum hat denn die Kacke Ja dann Schieß doch Da drauf Oh 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 Okay Oh mein Gott Wie viele denn Okay ich geh runter Ist mir echt zu doof Kann ich hier runter No Ich kann hier nicht mehr runter Das ist doch lächerlich Okay What Oh Gott Oh Gott Das ist doch nicht normal Okay Wo Wo denn schon wieder Hallo Oh Danke Okay Mein ganzes Team Team ist tot Hallo Okay 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 Das ist die Glocke Oh no Ja Wo lang denn Verteilen sie sich Nordöstlich Seite der Kirche Und wie Okay Okay Hier ist ja keiner Ich bin alleine Okay Oh nice Oh nice Das ist richtig nice Das ist richtig nice Wie viel Oh shit Gib mir die Bazooka Gib No Nicht nachladen Du Du Dödel Gib mir die Bazooka Gib Gib mir die Bazooka Danke Okay So jetzt Sniper Action 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 Shit Okay Wo ist denn der Rest Wo denn Hallo Oh 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 Nachladen Den erwische ich Im Laufen Wo sind denn hier Wo ist denn hier Achso Achso Der ist ja noch Ein Panzer Alles klar Das war ein guter Schuss Oh mein Gott Äh Hallo No Gib mir Gib mir das Panzer Ding Ja Ihr wisst was ich meine Hallo Okay Fünf Hallo Fünf Schuss Ja Super Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Oh mein Gott Ich bin tot Ich bin tot Okay YouTube Vielen Dank fürs Zusehen Und wir sehen uns Deine nächste Folge Bis dahin Tschüss Tschüss